Heute haben wir das zweite Training gehabt, es ist eigentlich recht gut gegangen. Wir haben hier logisch auch ein bisschen das Problem vom Wind, weil ab und zu ist Gegenwind, ab und zu ist Wind von hinten, deswegen ist es ein bisschen schwer einzuschätzen. Jetzt haben wir so die Geschwindigkeiten, die man braucht für die Sprünge und so weiter, aber schon im Großen und Ganzen läuft es ganz gut. Heute ist die Sicht auch nicht so gut gewesen, aber es ist auch nicht so schlimm gewesen. Ich weiß, wir haben jetzt zwei Tage gut trainiert, mir geht es gut. Also ich bin fast hundertprozentig kalt, also für den, was ich brauche, bereitet mich überhaupt keine Probleme. Und nichts, eigentlich halt es super.